Der Ehre, ich bin für dein Haus. Der Dichterlatsch, die Hoff des Lebens, so früh in den Winsen schmeißt, darf ich dich wundern, wenn sie wollen. Die Seiten sind vorbei, auf meine Lichtes kommen neue Du weißt nicht, welche Möglichkeit leicht um die Ecke fliegt Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Zukunft fliegt Die Seiten sind vorbei, auf meine Lichtes kommen neue Du weißt nicht, welche Möglichkeit leicht um die Ecke fliegt Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Zukunft fliegt Die Seiten sind vorbei, auf meine Lichtes kommen neue Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Zukunft fliegt Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Die Seiten sind vorbei, auf meine Lichtes kommen neue Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Zukunft fliegt Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Und was auch immer ich an der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen letztlich auf, was in der Vergangenheit bereue Liegt das Versprechen aç und LED Applaus 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 Man sieht da ein bisschen die Ausregung, ich hoffe ihr verzeirkt mir, dass ich den Namen jetzt nicht sofort parat hatte, Ich sage als Oberbürgermeister dieser Stadt herzlich Danke für die wunderbaren Jahre, für die vielen kurzen planeten guten Aufführungen, die prägenden Eindrücke, die hier hinterlassen worden sind, gibt ganz viel zu sagen, will das jetzt gar nicht aufzählen. Für mich besonders eindrucksvoll war auch, wie wir gemeinsam die Stadt der Wissenschaft auch erarbeitet haben und wie das Theater hier mitgewirkt hat. Herzlichen Dank. Ich sage als Dank etwas ganz Konkretes. Ich möchte dem Ensemble und allen, die uns jetzt verlassen und in eine neue künstlerische Zukunft gehen, Ihnen und euch möchte ich sagen, dass ihr eine Ehrenurkunde der Stadt Jena erhalten werdet. In dieser Woche wird es eine Pressekonferenz geben dazu und ich denke, das ist mehr als verdient. Herzlichen Dank. Es sind jetzt sieben Jahre her, es war im Frühjahr 2004, als wir... Als Gesellschafter, ein Vertragsschießender mit einer neuen künstlerischen Leitung. Damals schon dabei waren Saskia Tegger, damals schon dabei war Ausstattungsleiter Gregor Wittkopf. Wir haben jetzt eine Epoche, die dritte Epoche der Geschichte dieses Theaterhauses hinter uns gebracht. Eine ganze Menge Akteure konnten Sie, konntet ihr heute erleben und heute ist diese Epoche zu Ende gegangen. Markus, ganz herzlichen Dank. Dir und deinem Team möchte ich einfach ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für siebenmal Eröffnung der Kulturarena. Siebenmal haben wir hier gestanden, auch oft im Regen. Und immer wieder hat es geklappt. Und wir haben uns alle begeistert für das, was du für uns und unsere Stadt gemacht hast. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das war noch sieben Jahre Saskia Tegger. Saskia, die als Stimme des Unschuldes und der Gesellschaftsversammlung die Schauspieler zur Sprache gebracht hat. Sie war das Gesicht der Stadt der Wissenschaft 2008 in Jena. Und Saskia, sie war und ist natürlich auch sechs Jahre eine beeindruckende, erschütternde Kassandra hier im Mahlsaal gewesen. Danke, Saskia. Markus, du hast es bewiesen, dass du in unserer Stadt immer wieder auch den Finger in Wunden gelegt hast und wirklich zeitgenossisches Theater für unsere Stadt gemacht hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch wenn es jetzt regnet, aber das ist egal. Das ist ein Zeichen dafür, dass es richtig war, was du gemacht hast. Markus Heinz, der in unserem Theater ein Kinderstück aufgeführt hat, die Kuh-Rose-Marie. Das war nicht eine Low-Budget, das war eine No-Budget-Produktion und sie war ein voller Erfolg. Markus Heinzelmann ist auch der einzige Regisseur in unserem Haus, der es jemals geschafft hat, eine Veranstaltung von der ersten öffentlichen Probe bis zur letzten Aufführung zur ausverkauften Veranstaltung zu machen. Mein junges, idiotisches Herz. Das ist inzwischen Legende hier neben. Man hat Dankbarkeit. Was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Die Gesellschaftsversammlung des Theaterhauses Jena möchte energisch protestieren. Wir wollen dich und euch nie vergessen. Genau. So ist es. Alles Gute auf deinem Weg. Hier und eurem und dem Team. Danke. Ich möchte mich jetzt auch noch kurz bedanken für die ganzen Danksagungen. Und ja, wir haben uns vorher mit abgefunden, der Himmel weint, aber wir gehen mit sicher weinendem Auge. Und trotzdem wissen wir auch oder freuen uns auch auf das, was danach kommt, was neu ist. Und ich möchte trotzdem so in der Tradition bleiben, auch das, was wir sonst die Jahre gemacht haben, die Kollegen, die auch gehen, zu verabschieden. Und erst mal aber trotzdem jetzt gerade heute wir hier mitten im Regen stehen. Erstmal auch diesem super Publikum danken, das da unten sitzt im Regen. Es ist wirklich eine, wirklich ganz ernst gemeine Verneigung. Auch die Premiere war, es saßen da 900 Leute. Zweieinhalb Stunden hat es durchgeregnet. Ja, wir wissen es auch nicht. Auf jeden Fall danke. Aber danke für die sieben Jahre. Danke dem Publikum. Danke. Aber vor allem auch unseren Mitarbeitern, die die letzten sieben Jahre uns immer bei all unseren Versuchen unterstützt haben. Es war eine schöne Zeit. Ich labere jetzt auch nicht mehr so lang. Ich möchte aber trotzdem die Kollegen, die ich noch nicht verabschiedet habe, Sui Hutmacher, Ralf Jung. Sui Hutmacher, bitte einmal verabschieden und sagen Danke, Ralf Jung. Julian Hangenberg. Mozerest. Mohamed Aschur. Danke. Sastja ist ja auch meine Frau. Ich danke für alles Ihnen. Ich lebe dich auch noch anders. Danke. Und wo ist Anhauk? Anhauk. Sebastian Thiers bleibt hier. Deshalb verabschieden wir ihn nicht. Die anderen haben wir schon verabschiedet. Und danke. Auf jeden Fall. Danke allen. Wir laden alle noch ein. Wir laden noch alle ein ins Theatercafé und auf den Hof. Auf dem Hof wird es wahrscheinlich eher nass bleiben wie hier. Auf jeden Fall. Ja, es war schön. Und danke zum Schluss der Technik. Die Technik hat durchgehalten. Jena ist toll und wir hatten auch Spaß. War auch nicht immer alles super. Aber meistens auf jeden Fall gehen wir mit einem sehr positiven Gedanken an Jena. Danke allen. Tschüss. Okay, ich höre, es wird gesungen. Okay, wir gehen nach Hause. Tschüss. Wir singen nicht mehr.